Ja, wer ist Andi Strauß? Man weiß es nicht. Andi Strauß ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Der allerdings immer wieder auftaucht. Das finde ich sehr spannend. Ich habe heute das erste Mal Andi Strauß Penis gesehen. Ich habe vermutet, dass sein Penis schon ein Management hat, weil sogar Paulini fühlt sich seinen Penis sehen möchte. Und er ist wirklich schön. Ich bin sehr begeistert. Er hat in der Boxershow neben mir gesessen. Er hat mir fast sein Alter verraten. Das heißt, Andi Strauß hat einen schönen Penis. Man weiß nicht genau, wie alt er ist. Aber ich habe so einen geschmeidigen Tag mit ihm erlebt heute. Deswegen bin ich zwar nicht weiser, wer er ist, aber ich habe ihn sehr lieb, muss ich sagen. Vielen Dank.